Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal keine Chartanalyse oder sonstiges. Heute habe ich jemanden, Zwecksthema Steuern bei mir sitzen. Servus erstmal, Moritz, an dich. Servus, Manu. Danke, dass ich da sein darf. Gerne. Freut mich, dass du auf jeden Fall dabei bist. Und zwar, ihr habt euch ja alle schon ein Steuervideo gewünscht. Ich merke es jede Woche in der Gruppe. Jede Woche kommen Fragen. Ja, wie versteuer ich das? Wie versteuer ich das? Und da ich persönlich sowieso kaum Plan davon habe, habe ich mir heute mal jemanden mit dazugeholt, der richtig Ahnung davon hat. Und ihr habt mir ja schon letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche schon einige Fragen geschickt. Und die werden wir jetzt auf jeden Fall mal durchgehen. Und dann hoffe ich jetzt auf eine entspannte halbe Stunde, Stunde. Ich denke, länger wird es nicht dauern. Und hoffe damit, dass wir eure ganzen Fragen beantworten. Gut. Willst du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen, bevor wir mit den Fragen anfangen? Ja, gerne. Also, wie gesagt, ich bin Moritz aus dem Cointracking-Tax-Team. Wir sind dafür zuständig bei Cointracking. Also, wer das nicht kennt, es ist im Grunde eine Accounting-Software für Krypto-Trader oder jeden, der in Krypto was irgendwie unterwegs ist. Und wir ziehen uns eure Transaktionsdaten automatisch raus, sodass man im Grunde bei uns in der Software mit einem Mausklick die Steuererklärung machen kann. Und meine Aufgabe ist eben immer zu schauen, dass das ganze Rechtliche, dass das Programm das Rechtliche abbildet und dass dort halt keine Fehler aufkommen und im Grunde die Steuererklärung dann richtig ausgefüllt wird. Perfekt. Und ich kann es selber nur bestätigen. Ich habe letztes Jahr die Steuer mit euch gemacht. War super easy. Hat auch alles funktioniert. Es kamen keine Nachherfragen vom Finanzamt. Also kann ich nur empfehlen. Und der Link zu Cointracking findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort gibt es dann nochmal 10% obendrauf von mir oder beziehungsweise von euch, für euch da draußen. Gut. Und damit würde ich jetzt sagen, wir haben genug rumgequatscht. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Frage an. Und ist sogar, ja, die häufigste Frage mitgestellt, wann muss ich als Privatperson Steuern auf Bitcoin zahlen? Ja, das ist der Klassiker. Im Grunde ist Bitcoin und jede andere Kryptowährung sind sonstige Vermögensgegenstände. Und die werden steuerlich auch als solche behandelt. Also relativ ähnlich wie der Goldbachen, wie das Fahrrad, wie irgendwelche, auch wie Häuser beispielsweise. Ich verkaufe das, habe daraus einen Erlös, habe demgegenüber irgendwelche Anschaffungskosten gehabt, wie beispielsweise den Preis, den ich bezahlt habe. Dazu kommen noch andere Kosten, die ich in diesem Anschaffungs- und Veräußerungsvorgang hatte, wie beispielsweise jetzt, wenn man das auf Krypto zurückbezieht, Transaktionsgebühren. Und darauf, auf diesen Gewinn muss ich dann Steuern zahlen. Im Grunde, in Deutschland zumindest, muss ich so gut wie auf jeden Vorgang, den ich in Krypto mache, Steuern zahlen. Also jedes Mal, wenn ich beispielsweise eine Kryptowährung kaufe und verkaufe, also Bitcoin kaufe und verkaufe, ist es ein steuerbarer Vorgang. Und eben den Gewinn muss ich versteuern mit meinem persönlichen Einkommenssteuersatz. Es gibt ein paar Ausnahmen, wenn die diesen Vorgang steuerfrei machen. Beispielsweise sind eben diese sonstigen privaten Veräußerungsgeschäfte steuerfrei, wenn ich die Einheit, die ich gekauft habe, den Gegenstand, den ich gekauft habe, länger als ein Jahr gehalten habe. Und dann wird er steuerfrei. Mit anderen Worten, das ist die Haltefrist, die die meisten Leute kennen, die auch häufig gefragt wird. Wenn ich einen Bitcoin kaufe, den ich in meinem Wallet ein Jahr lang halte und dann veräußere, ist der steuerfrei, dieser Gewinn. Da kann ich jetzt mal kurz einhaken. Das ist jetzt so eine persönliche Frage. Wie zählt das Jahr? Zählen das 365 Tage oder zählt es zum Beispiel 1.2. bis 31.1.? Also im Grunde guckst du halt, also du musst ja irgendwie rechnen, wenn du es unterm Monat kaufst. Also da sind ja keine Fixtermine. Wenn du quasi im Januar gekauft hast, bedeutet das nicht, dass es erst irgendwie dann ab dem Januar zählt. Also man kann schon 365 Tage rechnen. Wobei in der Regel kommt es ja meistens in der Praxis nicht auf diese Sekunde oder auf diesen Tag dann an. Wer da auf Nummer sicher gehen will, der macht einfach ein bisschen Tag länger, außer es brennt halt komplett. Aber meistens in solchen langen Zeitraum hat der Trader ja da eigentlich schon noch ein bisschen einen Spielraum. Also da dann lieber auf Nummer sicher gehen, bevor man sich jetzt streitet. Aber da gibt es eigentlich wenig Fälle, wo jetzt, wo es Spitz auf Knopf irgendwie drauf ankommt. Glaube ich gern. Ja, man muss das lieber mal ein bisschen genauer fragen, weil man weiß nie, dann, ah, jetzt haben wir All-Time-High verkauft. Warte ich jetzt noch den einen Tag oder so? Macht das jetzt so viel aus, ne? Deswegen habe ich jetzt einfach nochmal ein bisschen nachgefragt. Ja, eine wichtigere Regelung ist vielleicht, gerade wenn wir beim Kaufen und Verkaufen bleiben, ist halt diese Geschichte, was mache ich mit Futures? Was mache ich mit gehebelten Geschichten? Die werden in Deutschland ein bisschen anders behandelt. Das sind Finanzprodukte und darauf, also mit anderen Worten, die Gewinne sind Kapitalerträge und darauf fallen immer oder fällt immer die Kapitalertragssteuer an. Der Pauschalsteuersatz von 25 Prozent und dort ganz wichtig, dort habe ich keine Haltefrist von einem Jahr. Perfekt. Das ist meistens wichtiger für die Trader als jetzt der eine oder der andere. Lässt sich das dann auch, sag ich jetzt mal, gegenrechnen? Weil du hast jetzt gesagt, okay, jeder Trade muss eigentlich versteuert werden. Wenn ich jetzt, wird es dann im Endeffekt aufs Ganze, sagen wir, wir haben jetzt 20 Trades einfach mal, ne? Ist zwar jetzt wenig, aber wir haben jetzt einfach mal eine Zahl von 20 Trades. Werden dann die Verluste gegengerechnet? Oder muss ich dann wirklich, ich habe jetzt bei dem einen Trade, Beispiel 100 Euro Gewinn, muss den versteuern und kann ich dann die Verlustreichen wieder gegenrechnen? Ja, auf jeden Fall. Also es ist dieselbe Steuerart. Wir sind, wie gesagt, in diesen sogenannten sonstigen Einkünften eine der Steuerarten in Deutschland. Und Verluste bei einem schlechten Trade können da genauso gegengerechnet werden wie bei einem guten. Allerdings natürlich, wenn es innerhalb eines Jahres war. Also ich kann jetzt nicht, wenn ich was zwei Jahre gehalten habe und da ein richtig fettes Minus davor steht, kann ich das jetzt nicht mit den zu versteuernden Gewinnen gegenrechnen, weil ich ja da die Haltefrist überschritten habe. Also dort, wo ich überhaupt schon bei den Gewinnen steuerfrei bin, kann ich natürlich die Verluste nicht entgegenrechnen. Aber wenn ich getradet habe, ganz normal unterhalb von einem Jahr, die Haltefrist wurde unterschritten. Das heißt, der Gewinn da drauf wäre normalerweise steuerfrei gewesen, äh, steuerpflichtig gewesen, Entschuldigung. Dann kann ich auch die Verluste da gegenrechnen und insgesamt meine Steuerlast senken. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, dass es nicht über ein paar Jahre geht, weil das ist auch so eine, wenn man schon, sag ich mal, zwei Jahre jetzt in dem ganzen Geschäft drin ist, kommen immer so diese gleichen Fragen. Deswegen besprechen wir die ja jetzt auch. Und da kam auch immer, ja, wenn du jetzt das eine Jahr Verlust gemacht hast, dann rechnest du es einfach das andere Jahr gegen. Also ganz, ganz wichtiger Punkt für alle da draußen. Also immer nur das aktuelle Jahr einfach bemessen und nicht rückwirkend oder auch Zukunft, dass ich jetzt nächstes Jahr ein bisschen Verlust einfach mache, um das gegenzurechnen. Das funktioniert nicht auf jeden Fall. Tatsächlich, wenn ich im Gesamt, also, okay, wenn ich quasi hier einen Trade habe, der ein Verlust war und dann irgendwann mal schon mal was versteuert habe, dann muss man ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich mal, wenn ich insgesamt ein negatives Jahr habe, also alle meine Trades in Summe dann negativ sind, wie es wahrscheinlich für einige Leute jetzt in der Steuererklärung 22 so sein wird, dann kann ich diesen Gesamtjahresverlust, den kann ich vor- und zurücktragen. Also ich habe dann im Grunde alle meine Trades erfasst, alle meine Gewinner, alle meine Verlierer und habe dann zum Schluss da halt eine Summe. Die werden natürlich erstmal mit meinem übrigen Einkommen auch verrechnet, das verrechenbar ist, wie beispielsweise die nicht-selbstständige Tätigkeit, falls noch jemand irgendwo angestellt ist und hat da natürlich auch Einkünfte erwirtschaftet. Das wird dann erstmal verrechnet und führt dann innerhalb dieses Jahres dann eventuell zu einer Steuererstattung, wenn ich dort eine Vorauszahlung hatte. Und wenn ich aber dann trotzdem einen negativen Betrag habe, kann ich diesen negativen Betrag zum einen zurücktragen in das Vorjahr, das heißt mir dort eventuell eine Steuererstattung nochmal zurückholen oder ihn vortragen in die Folgejahre. Der wird dann jedes Jahr festgestellt und wenn ich das Jahr drauf, also wenn ich 22 im Bärenmarkt richtig verloren habe, vor allem Anfang, Mitte November und da dann ordentliche Verluste hatte, die dann in 22 auch dann feststellt, das Gesamtjahr 22 überhaupt ein Verlust ist und dann aber jetzt hier in 23 der Januar so gut lief, dass das ganze Jahr 23 positiv bleibt, dann kann ich dann bei der nächsten Steuererklärung die Verluste aus dem Jahr 22 dann entgegenrechnen. Dann war es gut, dass wir nochmal drüber geredet haben, weil ich glaube, das haben sich jetzt bestimmt vorher viele gefragt, also dann vielen Dank dafür, dann vergesst, was ich vorher gesagt habe, er hat recht. Okay, für die Leute, die Futures traden, ist es da allerdings ein bisschen beschissen. Da haben wir tatsächlich eine Verlustbeschränkung von 20.000 Euro. Also wenn ihr mit Futures Verluste gemacht habt, dann sieht es nicht so gut aus. Da gibt es auch, also der Steuerberater, mit dem wir zusammenarbeiten, hat vor zwei Monaten einen ganz dramatischen Fall erzählt. Der hat halt wirklich in Millionenhöhe Spot-Gewinne gemacht, die zu versteuern waren, aber bei Futures gleich viel Verluste, von denen allerdings nur 20.000 dann anrechenbar waren und der war dann schon ziemlich, ziemlich gekränkt. Wobei das alles Einzelfälle sind und da muss man dann im Zweifel mit dem Steuerberater sprechen. Absolut. Aber ja, okay, das ist ärgerlich. Also, also, merkt, unterscheiden, Spot und Futures. Großer Unterschied nochmal. Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon viele Fragen beantwortet, immer so zwischendrin. Ich gehe jetzt mal weiter mit meiner Liste durch. Und zwar, wo in der Steuererklärung muss ich Bitcoin-Gewinne überhaupt angeben? Okay. Wie gesagt, wir sind beim privaten Veräußerungsgeschäft. Das sind sonstige Einkünfte. Und da gibt es die Anlage SO zusätzlich zur Steuererklärung. Wenn man in Elster dem Programm unterwegs ist, das die Bundesregierung einem zur Verfügung stellt und jetzt nicht in einem anderen Programm, dass man es sich noch dazukauft bei einem Privatanbieter, dann hat man die Möglichkeit einfach beim, ja, in der Startleiste links, wenn ich dann, da habe ich dann das Eingabe, die Eingabemaske, wo ich meine allgemeinen Angaben angebe. Und dann habe ich dann die zusätzliche Anlage N, wo ich meine nicht selbstständigen Einkünfte, mit anderen Worten meine Angestellteneinkünfte habe. Dann gibt es für Gewerbebetrieb, für Vermietung und Verpachtung gibt es verschiedene Anlagen. Und die Krypto-Gewinne, wenn ich sie Spot gekauft habe, kommen in die Anlage SO als Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften. Soweit ich es gerade richtig im Kopf habe, muss ich dann nicht mal irgendwie Erträge oder Einnahmen minus Ausgaben oder sowas rechnen, sondern ich gebe einfach wirklich nur meinen Gewinn an am Ende des Tages. Also dieser Schritt ist relativ simpel. Das Ermitteln ist eher ein bisschen komplizierter. Und wenn ich dann eben irgendwelche Futures dabei hatte, dann kommt das in die Anlage CAP für Kapitaleinkünfte. Okay, vielen Dank dafür schon mal. Wie weise ich dem Finanzamt nach, dass meine Einjahresfrist verstrichen ist? Also dass wir über einem Jahr sind? Ziemlich einfach. Ich habe ja meinen Anschaffungszeitpunkt und meinen Veräußerungszeitpunkt, den habe ich schon bei den meisten Exchanges. Also wenn ich eine CSV-Datei rauslasse und ich bekomme ja sowieso dann schon angezeigt, ich habe 20% plus, 10% minus und so, die ermitteln das ja auch anhand von dem Anschaffungszeitpunkt. Das heißt, den haben die. Wenn ich auf der Blockchain unterwegs bin, dann habe ich auch immer die Transaktionszeitpunkte. Und am einfachsten ist es natürlich ein Tracking-Tool zu nutzen, das halt dann einfach sagt, okay, wir haben hier die Liste der Transaktionen, da war der Anschaffungszeitpunkt, da war der Veräußerungszeitpunkt und in der Regel reicht es dann. Wer ohne Tracking-Tool unterwegs ist, in der CSV-Datei von Exchanges steht es genauso. Das kann auch reichen. Als Tipp, es gibt, oder beziehungsweise so als kleine Warnung, es gibt Börsen, wo ihr keine CSV-Datei kriegt oder Sonstiges. Da mal bitte ganz genau drauf achten, bevor ihr euch bei irgendeiner Börse anmeldet, immer mal ein bisschen nachprüfen, gibt es da wirklich so Dateien, die das nachbemessen, weil es gibt wirklich Börsen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt wirklich Börsen, wo das nicht bereitgestellt wird und da kann es dann wirklich ein bisschen zu Problemen führen, eventuell, wenn ihr es dann nicht mehr nachweisen könnt. Nur mal so als kleiner Tipp von meiner Seite. Gut, dann gibt es einen Freibetrag bei Bitcoin. Ja, im Grunde habe ich bei den sonstigen Einkünften jährlich einen Freibetrag von 600 Euro, nee, eine Freigrenze, Entschuldigung, eine Freigrenze von 600 Euro. Wenn ich weniger als 600 Euro mit Spot-Trading gemacht habe, dann bin ich da komplett steuerfrei. Da kann man jetzt auch drüber reden, ob man das überhaupt angeben muss. Ich sage mal grundsätzlich immer, sollte man schon machen, aber man wird jetzt nicht verhaftet, nur weil man jetzt hier unter einer Freigrenze war und das nicht angegeben hat. Dazu kommt noch der Grundfreibetrag, den natürlich in Deutschland jeder hat, egal was für ein Einkommen ich habe. Es schwankt jedes Jahr, aber in den letzten Jahren waren es immer so knapp 10.000 Euro. Wenn ich in dem Bereich was verdiene und darüber hinaus nichts anderes verdiene, dann bin ich auch steuerfrei. Ansonsten gibt es eigentlich nicht so viele Freibeträge. Beim Staking und beim Mining sind wir bei irgendwie 250 Euro bei den Einkünften. Und wenn ich bei den Kapitaleinkünften bin, dann habe ich da den Freibetrag für Kapitaleinkünfte von 801 Euro. Perfekt, das klingt schon mal gut. 600 Euro sind besser als nichts, muss man auch dazu sagen. Absolut, absolut. Wobei die meisten, die Krypto traden, ja die Hoffnung haben, dass da mehr wie 600 Euro am Ende steht. Ja, natürlich, aber man könnte ja auch, um uns mal ein bisschen auszuschweifen, zum Beispiel sagen, okay, man verkauft am Ende des Jahres einfach mal, okay, es war jetzt ein Scheißjahr, wir hatten einen Bärenmarkt oder sind immer noch in einem Bärenmarkt, dass man sagt, okay, am 31.12. verkaufe ich halt jetzt erstmal ein bisschen, nehme die 600 Euro einfach Freibetrag mit und kaufe mich dann vielleicht am 01.01. wieder ein. Gibt natürlich auch solche Tricks, die man natürlich machen kann, einfach um den Freibetrag auszunutzen. Ja, genau. Ist im Einzelfall natürlich immer besser, wenn man das vorher mit seinem Steuerberater abgesprochen hat, aber grundsätzlich mal gibt es da ein paar Optionen, die man auf jeden Fall in Erwägung ziehen kann, ja. Gut, dann gibt es oder ist schon irgendwas bekannt, ob sich die Steuergesetze, was Krypto oder Bitcoin, sage ich mal, betrifft, dieses Jahr noch ändern werden oder ist dieses Jahr erstmal abgeschlossen oder ist da irgendwas in der Pipeline? Ja, also bei Krypto verändert sich ja ständig immer irgendwas. Also auch was Regulatorik angeht, jetzt außerhalb der Steuergesetzgebung. Wir haben es gesehen bei den KYC-Programmen oder irgendwelche anderen Sachen, die vor allem dann für die Anbieter problematisch werden. Aus steuerlicher Sicht haben wir ja letzten Sommer erst ein Update gekriegt. Da hat das Bundesfinanzministerium ein Schreiben veröffentlicht, in dem im Grunde einige der Transaktionstypen, die wir in Krypto haben, also der Arten und Weisen, wie man in Krypto handeln kann, abgehandelt werden und wie die steuerlich behandelt werden. Da wurden auch die ein oder anderen Streitpunkte beiseite geräumt. Deshalb ist, sagen wir mal so, von Regierungsseite wahrscheinlich eher weniger was zu erwarten. Und die Gesetze an sich sind auch abstrakt geschrieben. Das bedeutet im Grunde, egal was kommt, theoretisch könnten die schon abgebildet werden oder sind schon abgebildet. Man muss nur dann irgendwie drüber streiten, wie sie behandelt werden. Wir haben natürlich jetzt gerade frisch vor der Tür, nächste Woche steht ein Urteil vom BFH, wo es auch nochmal um Kryptos geht, wo dann eventuell manche Definitionen geändert werden, die dann auch in der Praxis dann angewendet werden. Aber so grundsätzlich mal erwarten uns eigentlich keine großen Regeländerungen für 2023. Zumindest nicht in Deutschland. Gut zu wissen auf jeden Fall. Gut, dann ganz, ganz komische Fragen, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Sind die Steuerregelungen in Deutschland wirklich attraktiv? Ich meine, ich vermute, das ist eher so darauf bezogen, ist es nicht lukrativer, einfach ins Ausland zu gehen? Ja, ist ein Thema, das natürlich viele Leute betrifft und gerade den Leuten, denen es hier ein bisschen zu kalt ist, die zieht es dann in andere Länder. Grundsätzlich mal muss man, oder kann man natürlich immer, muss man ein bisschen unterscheiden, was für Länder das sind, die dann steuerfrei sind. Das sind dann irgendwelche Regime, die dann andere Nachteile mit sich ziehen. Muss man sich überlegen. Es gibt ja Länder, in denen Krypto komplett steuerfrei ist. Auch in der EU, wie beispielsweise Portugal. Noch. Kann man auf jeden Fall machen. Haben ja auch schon gesagt, sie wollen es erhöhen. Ja, ist immer wieder in der Diskussion. Genau, dann zieht man dorthin und auf einmal, zwei Monate später, wird doch was geändert. Das heißt, da war man dann doch nicht schlauer. Alles in allem würde ich sagen, Deutschland ist trotzdem ein sehr kryptofreundliches Steuerregime. An sich diese Haltefrist von einem Jahr für Leute, die langfristig in Krypto unterwegs sind und langfristig planen und man ist danach komplett steuerfrei, egal wie hoch der Betrag ist, gibt es eigentlich fast nur einmal. Dazu kommt noch, dass wenn wir mal so eine Regelung haben, ist halt Deutschland so ein Land. Das wird dann nicht mehr so schnell geändert. Wir haben da schon eigentlich eine relative Rechtssicherheit. Dann haben wir halt auch diverse Freibeträge und eben der Kapitalertragssteuersatz ist jetzt auch nicht unbedingt so hoch wie in anderen Ländern. Es war jetzt nicht der günstigste überhaupt, aber andere Länder, in Österreich sind wir schon mal 2,5 Prozent höher und ja, wir haben trotzdem eine hohe Flexibilität und tatsächlich haben wir auch schon sehr, sehr, also im Vergleich zu anderen Ländern viele Fälle hat schon mal die Regierung überhaupt Bezug genommen und wir haben uns schon mal eigentlich darauf geeinigt, wie die behandelt werden. In anderen Ländern ist das dann immer noch so ein Fragezeichen und unsicher und auch von dem, sagen wir mal, von dem Sicherheitsaspekt her, okay, kann ich jetzt, wie kann ich es überhaupt einschätzen, was ich mache? Gerade da ist Deutschland dann doch relativ kryptofreundlich, sage ich mal. Da ist dann weniger Diskussionsbedarf mehr und man kann halt, es ist zwar nicht alles hier top und es ist bestimmt auch nicht billig vom Steuersatz oder am günstigsten, aber dadurch allein, dass ich halt schon vieles geregelt habe, erspare ich mir viele Kopfschmerzen. Das stimmt. So wie Beispiel Portugal, was wir jetzt gerade am Anfang hatten, da kann sich jederzeit wieder was ändern und hier sind wir eigentlich schon, sage ich mal, in einem rechtssicheren Rahmen. Es kann eigentlich teilweise sogar nur besser werden bei uns, denke ich mal sogar. Genau. Man muss auch sagen, das letzte BMF-Schreiben, also vor dem in 2022, war im Sommer 2017 und wenn man die miteinander vergleicht, dann sieht man auch, dass 2017 war wirklich eine richtige Katastrophe. Da hat man noch gemerkt, da waren deutlich, also es war deutlich weiter weg von dem, was in der Praxis abgeht. Auch die Beispiele, die dort verwendet wurden, waren teilweise, okay, wer 2018, 2019 da in den Markt eingestiegen ist, so wie ich, oder intensiver, der hat dann sich gefragt, hey, die Coins kenne ich nicht mal, die, die da besprochen haben oder als Beispiel genommen haben. Und auch so an sich die Sachen, da können wir ja auch später nochmal drauf zurückkommen mit dieser 10-Jahres-Frist, das war alles sehr fraglich und dann fünf Jahre später kam echt ein Paper raus, mit dem man halt wirklich arbeiten kann, mit dem ein Großteil der offenen Fragen abgedeckt war. Und wenn die das in drei, vier, fünf Jahren nochmal in dem Umfang quasi verbessern, dann haben wir schon ein sehr detailliertes und krasses Regelwerk. Absolut. Jetzt hast du eigentlich schon die Überleitung gemacht, wenn du es jetzt schon ansprichst mit der 10-Jahres-Frist, dann, was hat es mit der 10-Jahres-Frist auf sich? Erklär uns das doch mal. Ja, gerade einen Moment. Kein Problem. Kann ich auch mal kurz einen Schluck. Ja, genau. Ja, erstmal die 10-Jahres-Frist, die ist für die aktuelle Regelung komplett irrelevant und jeder, der in Krypto unterwegs ist, kann die auch direkt wieder vergessen. Es war bis vor dem letzten BMF-Schreiben war in der Diskussion, ob ich nicht Staking-Einkünfte, wenn, also wenn ich meine Coins in Staking-Protokoll gebe, daraus dann Rewards erwirtschafte, ob dann die Coins, die in dem Protokoll waren, nicht dann eine, also diese Haltefrist, dass ich es steuerfrei veräußern kann, hätte sich, oder wurde diskutiert, ob die sich auf 10 Jahre verlängert. Weil das unter eine Regelung gefallen ist, die für Container-Leasing, also so Schiff-Container, da war eine Parallele. Also es waren eben, weil das auch sonstige Vermögensgegenstände sind und da gab es halt irgendwie bei denen die Ausnahmeregelung, wenn ich die irgendwie verließe, dann, also ich kaufe die Dinger, spekuliere mit denen eigentlich, dass die halt auch an Wert gewinnen oder was weiß ich, aber verließe die dann in dieser Zeit und habe dann daraus Erträge, dann hat da der Gesetzgeber einen Fall reingeschrieben, dass sich dann die Haltefrist dieser Container, also damit, also sie wollten es für die Container machen, haben es dann eben reingeschrieben für sonstige Vermögensgegenstände, weil sie halt da alle ähnlichen Fälle halt auch mit reinpacken sollten und da hat sich dann die Haltefrist verlängert, sodass die erst nach 10 Jahren steuerfrei veräußern konnten. Und da wurde dann diskutiert, ob das dann bei Staking genauso ist. Aber da hat das Finanzministerium glücklicherweise beziehungsweise logischer und richtigerweise letztes Jahr gesagt, nee, vergiss das Staking, ein Jahr Haltefrist, kein Problem. Da weiß ich noch bei mir in der Gruppe, große Freuden schreie für alle, die vorher gestaked haben oder haben dann alle schnell ihre Coins in irgendwelche Staking-Pools gepackt. Ja, im Bärenmarkt, dann lieber doch lieber die Prozente mitnehmen und freuen, dass man keine 10-Jahresfrist zum Glück mehr beachten muss. Gut, dann auch eine interessante Frage, wie ist es mit dem Crypto-Landing? Also wenn ich Crypto-Währungen verleihe, es gibt ja auch genug Dienste, wo ich das kann, wobei ich es ehrlich gesagt nicht empfehlen würde. Wir haben es gesehen, viele jetzt im Bärenmarkt pleite gegangen, also ich rate davon ab. Trotzdem möchten wir die Frage einfach mal beantworten. Wie sieht es damit aus? Ja, das sind einfach Rewards, die kommen rein. Im Grunde, wie viele anderen Arten von Rewards, werden die einfach auch im Einkommen versteuert, im Zuflusszeitpunkt dann einfach mit dem Marktkurs bewertet und dann sind die mit meinem persönlichen Einkommensteuersatz zu versteuern. Ändert aber nichts an der Haltefrist, oder? Nein, nein. Also wie gesagt, die Coins, die ich habe, die habe ich zu einem gewissen Zeitpunkt angeschafft und wenn ich die für mich arbeiten lasse, habe ich sie immer noch zu einem gewissen Zeitpunkt angeschafft. Tatsächlich ist es eher Liquidity Providing im Moment noch ungeklärt. Oder nicht, sagen wir mal, da wird gerade am meisten diskutiert, was das angeht. Wenn du willst, kann ich ein bisschen darauf eingehen, aber... Gerne, also zumindest mal einfach grob, weil es gibt auch viele, gibt natürlich auch Anbieter, die öfters diskutiert werden, die nämlich auch sowas anbieten. Also du kannst gerne darauf eingehen. Ich glaube, das interessiert auch viele da draußen. Ich habe es deswegen auch angesprochen, weil es bei uns in der Tax-Abteilung gerade ein frisches Thema war, weil Cointracking da jetzt auch eine Lösung rausgebracht hat. Das Problem beim Liquidity Providing ist im Grunde, man kann jetzt die Hereingabe und die Herausnahme aus dem Liquidity Pool. Jetzt mal ohne noch genauer zu beschreiben, was es ist. Ich denke, die meisten deiner Zuschauer wissen es, weil sie es schon gemacht haben. Aber im Grunde habe ich da drei mögliche steuerbare Ereignisse, die Hereingabe in den Pool, die Herausnahme aus dem Pool immer jeweils auch gegen ein Liquidity Provider Token und halt die Rewards. Bei den Rewards wird erstens gerade debattiert, sind das jetzt eben Rewards wie beim Lending und beim Staking, dass die in das sonstige Einkommen kommen oder ob die als Kapitalerträge versteuert werden. Aber da sagt man halt entweder oder und fertig. Muss man dann im Einzelfall mit dem Finanzamt oder mit seinem Steuerberater klären. Die nächste Frage übrigens auch, aber das ist ein bisschen ein heißeres Thema. Nämlich ist da die Frage, wenn ich jetzt meine Coins, meistens ja zwei, in einen Liquidity Pool gebe und erhalte dafür einen Liquidity Provider Token, ist es dann eine Veräußerung? Weil ich habe ja was getauscht und dann wäre es ein steuerpflichtiger Veräußerungsvorgang und umgekehrt, wenn ich sie aus dem Pool rausnehme, gebe ich ja den Token, den Liquidity Provider Token rein und kriege wieder meine Coins zurück, ist es dann auch wieder eine Veräußerung vom Liquidity Provider Token. Und klar, okay, der Liquidity Provider Token an sich hat vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Wert, kann man auch drüber diskutieren in der Praxis, aber er hat ja mindestens mal den Wert der beiden Coins zur Hereingabe und zur Herausnahme. Das heißt, ich habe eventuell da zweimal ein Veräußerungsgeschäft, das ich versteuern muss. und auch natürlich, wo halt auch die Haltefristen gelten, also die deutschen Haltefristen. Und da gibt es zwei Ansichten, entweder ja, es ist ein steuerpflichtiges Ereignis und ich muss beides mal einen Gewinn ermitteln und den dann auch angeben, oder es ist halt gar nichts, ich habe im Grunde nichts, da passiert nichts und ich halte meine Token Durchgänge. Ist auch deswegen relevant für die Haltefrist, weil ich habe ja dann im Grunde zweimal ein Datum dazwischen, dass meine Haltefrist nochmal verändern könnte. Und wir haben es so gelöst, dass man es sich im Grunde selber aussuchen kann und mit seinem Steuerberater halt dann das durchgehen soll. Meistens haben die Kryptoleute ja alle eine eigene Meinung und wollen die dann erstmal durchbringen. Grundsätzlich mal das. auf den Steuerberater noch mit dazu an. Es gibt die und die Steuerberater. Also da auch mal, um mal kurz zwischenzugreifen, sucht euch jemanden echt noch zusätzlich der Ahnung davon hat. Weil es gibt viele, habe ich auch ewig gesucht, die wollten, die haben teilweise mich sogar gar nicht angenommen, weil sie gesagt haben, nee, Trading, Krypto und so, damit will ich nichts zu tun haben, damit kenne ich mich viel zu wenig aus. Fragt da ein bisschen rum, sucht euch wirklich jemanden, der Ahnung davon hat, dann habt ihr es auch deutlich, deutlich leichter. Ja, also um es auf den Punkt zu bringen, oder wenn wir gerade bei den Steuerberatern sind, unser Partner, unser Hauptpartner in Deutschland, die Winheller Steuerberatungsgesellschaft in Frankfurt, haben uns darüber informiert, dass sie es grundsätzlich mal, es kommt auf einen Einzelfall an. Man muss natürlich auch betonen, bei Liquidity Providing gibt es natürlich, was weiß ich wie viel, im Grunde jeder Pool und jeder Anbieter hat halt seine eigenen kleinen Gegebenheiten, die das auch mal anders erscheinen lassen können, deswegen Einzelfallprüfung. Aber grundsätzlich mal sehen wir, dass das beides mal ein steuerpflichtiger Vorgang ist und dass ich den Gewinn dann versteuern muss. Und die Rewards sehen wir als Kapitaleinkünfte. Aber wie gesagt, Einzelfallprüfung. Interessanter Punkt, auf jeden Fall. Dann nächste Frage, wie sieht es aus mit, ist zwar jetzt ein Nischenprodukt, sage ich jetzt einfach mal, aber mit Kryptomining, ist zwar jetzt in Deutschland aufgrund der Strompreise, ich glaube, die europaweit am teuersten sind, jetzt nicht so wirklich attraktiv, trotzdem gibt es ja Leute mit Solarstrom etc. pp, für die das dann doch interessanter ist, also wie versteuert man das? Und vielleicht, bevor jetzt die Frage zu Ende ist, kann man, sage ich mal, die Kosten, die man hat, wie Strom, Solarzellen, was weiß ich, was man halt verwendet, da auch noch gegenrechnen? Mining ist ein besonderes Thema, weil bei Mining kommt es echt auch drauf an, was ich mache. Da ist die Grenze zwischen, bin ich jetzt hier hobbymäßig und privat unterwegs und bin ich in einem Gewerbebetrieb, den ich eventuell auch anmelden muss, wo ich je nach Umsatzarten auch da irgendwie mich umsatzsteuerlich registrieren muss oder wo ich halt noch andere Pflichten habe, die da mit dazu kommen, die ist relativ schmal beim Mining. Also das ist wirklich, da muss man bei jedem Einzelfall ein bisschen prüfen. Grundsätzlich mal, vielleicht als Daumenregel die Unterscheidung zwischen Privat- und Gewerbebetrieb ist, ja, erstens, wie umfangreich ist es, aber klar, wenn ich halt vor zehn Jahren Bitcoin-Miner war und dann ein bisschen gewartet habe, dann habe ich halt richtig Umsätze erwirtschaftet, die halt krass sind, auch wenn ich eigentlich von der Art der Tätigkeit her eher so eine Privatperson war. Im Grunde ist die Unterscheidung so ein bisschen zwischen, wie organisiere ich mich? Habe ich noch Leute angestellt? Wie umfangreich ist da meine Kostenstruktur und so weiter? Sobald ich mal jemanden irgendwie brauche für die Verwaltung und da jemanden einstelle, dann bin ich eigentlich ziemlich sicher da im Gewerblichen. Und dann kommt es eigentlich nur darauf an, okay, schiebe ich es in die Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder schiebe ich es auch in die sonstigen Einkünfte nach 22 Nummer 3 ESTG. Aber in beiden Fällen ist es so, dass ich meine Kosten eigentlich vollständig da gegenrechnen kann. Transaktionsgebühren, irgendwelche Anschaffungskosten, auch für Festplatten oder was weiß ich, kann ich eigentlich alles ansetzen, solange es wirklich ausschließlich halt mit dem Mining zu tun hat. Und genauso sind es dann halt auch die Stromkosten, wenn ich das runterrechne. Was mich jetzt da noch interessieren würde, beispielsweise, ich meine jetzt ein Bitcoin an einem Tag, muss ich ja dann den Kurs, den er an dem Tag erreicht hat, sage ich mal, versteuern, oder? Und da gibt es ja dann auch theoretisch dann, wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe, keine Haltefrist mehr, weil ich habe das Ding gemeint und wenn ich es dann nochmal irgendwann verkaufe, oder habe ich dann dann trotzdem noch diese Einjahres-Haltefrist? Doch, doch, also vielleicht zum einen Versteuern zum Zuflusszeitpunkt, also im Grunde immer, wenn das Ding halt dann am Ende des Tages in meiner Wallet landet, ist das der Zuflusszeitpunkt, der dann eben mit dem aktuellen Marktpreis zu besteuern ist. Dann habe ich das schon mal versteuert, ja, okay, aber das sind auch gleichzeitig meine Anschaffungskosten, wenn ich den wieder veräußere. Das bedeutet in Deutschland, okay, Haltefrist ein Jahr beachten, dann steuerfrei, wenn ich es vorher verkaufe, habe ich ein privates Veräußerungsgeschäft, Erlös minus Anschaffungskosten und Transaktionskosten, mein zu versteuernder Gewinn. Okay, interessant. Dann, auch, finde ich sogar eine sehr, sehr wichtige Frage bezüglich auch Familie, Bitcoins verschenken oder vererben? Ich meine, man hat die Freibeträge bis Verwandtschaft des ersten Grad oder so, ich sage jetzt mal Mutter auf Sohn oder wie auch immer, ist das möglich und welche Freibeträge gelten da? Wäre vielleicht auch mal interessant. Genau, du hast es eigentlich schon richtig angesprochen, es ist eine Verschenkung und darauf fällt Schenkungssteuer an, keine Einkommenssteuer. Wenn ich an einen Ehepartner verschenke, habe ich Freibeträge von 500.000 Euro innerhalb einer 10-Jahres-Frist. Also, dann muss ich 10 Jahre warten und dann wieder 500.000 verschenken. oder ich splitze halt auf und sage halt innerhalb dieser 10, also es muss halt in Summe dieser 10 Jahre darfst du unter Ehepartner 500.000, an Kinder 400.000 und an sonstige Leute, die keine Kinder, keine Ehepartner, keine Stiefkinder sind, sind es 20.000 Euro innerhalb dieser 10 Jahre. Dann fällt Schenkungssteuer an. Ansonsten ist es einkommenssteuerfrei. Heißt aber dann auch, Beispiel, wir machen hier nur jetzt mal Beispiele, ich schenke jetzt meiner Mutter zum Beispiel meine Bitcoins. Dann habe ich ja auch einen gewissen Freibetrag. Ich weiß, okay, ich hätte dieses Jahr enorm eigentlich Gewinne gemacht damit. Dann verschenke ich es ihr lieber und sage dann zu ihr, ey, schenke mir das nächstes Jahr einfach wieder. Würde das so funktionieren? Kannst du machen, aber du kannst jetzt nicht quasi sagen, die Bitcoins, die du dann an deine Mutter verschenkt hast, kannst du ja nicht bei dir als Anschaffungskosten geltend machen. Also du kannst das ja nicht bei dir irgendwie gemindert irgendwie verwenden. Nee, das ist klar, aber sagen wir, ich bin, hab gut eingekauft plötzlich, wir haben All-Time-High oder so, bin aber noch unter dieser Einjahresfrist. Dann würde es sich theoretisch lohnen, mit den Freibeträgen natürlich zu beachten, dann zu sagen, okay, ich schenke es meiner Mutter dieses Jahr und in ein paar Jahren schenke es mir, sie verkauft es dann und dann gibt mir einfach das Geld, theoretisch mit den Freibeträgen wieder. Würde ja theoretisch, sage ich jetzt einfach mal gehen, das sind komische Beispiele, natürlich macht man sowas nicht, aber ... Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, wenn du auch, weißt, auch schon bei dir, wenn du da eine Wertsteigerung hattest, dann hast du ja ... Da müsste man jetzt schauen, ob es tatsächlich eine Veräußerung ist, aber ich würde grundsätzlich jetzt auch mal sagen, das war eine Veräußerung und du musst die Wertsteigerung trotzdem versteuern. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Und da, wie gesagt, da kommt es auch wieder auf einen Einzelfall an. Aber ich glaube, ich glaube, das funktioniert so nicht, wie du das dir vorstellst. Tut mir leid. Man kann es ja mal versuchen. Ja. Nee, aber zur Sicherheit, das war jetzt wirklich nur ein Beispiel, ich möchte sich, dass das da irgendjemand da draußen macht. War einfach nur mal Frage, um das noch mal ein bisschen deutlicher zu verstehen. Aber es gilt, ihr könnt es verschenken, ihr könnt es vererben mit den jeweiligen Freibeträgen auf jeden Fall. Das ist eigentlich so der Grundsatz, der meines Erachtens nach gilt und wichtig ist. Ich meine, wenn man es machen will, dann soll man es halt machen, aber lasst euch da dann noch mal kurz beraten davor, ob das so funktioniert und meistens kann man es sich auch dann durchrechnen lassen. Also. Also immer zweimal drüber nachdenken, auch an wen man es verschenkt oder auch vererbt oder sonstiges. Das auch, das auch. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn die Mutti dann losläuft und sich einen Tesla kauft, dann ist es auch scheiße. Dann hat man Pech. Ja, hier Mutti, hast du drei, vier Bitcoins, gibst du mir aber nächstes Jahr wieder und dann tschüss, bin mal im Urlaub für ein paar Jahre dann. Dann habt ihr natürlich die A-Karte gezogen. Also lieber richtig versteuern, anstatt sowas zu machen vielleicht. Gut. Dann zu was Wichtigen war ja in aller Munde FTX-Pleid. Hat jeder oder waren viele auch aus meiner Community da draußen betroffen. Man kann sich nicht mehr einloggen. Man kann ja nichts mehr im Endeffekt mit dieser Plattform machen. Muss man das trotzdem irgendwie eingeben? Ich habe ja, es gibt viele, die auf FTX getradet haben. Ich rede jetzt mal nicht von Spot-Handel, aber auch Futures getradet haben. die Gewinne sind ja weg. Egal, ob ich jetzt Verluste gemacht habe, ob ich Gewinne gemacht habe, im Hunderttausender-Bereich ist es weg. Ich komme nicht mehr dran. Mhm. Wie funktioniert das? Das ist eine sehr gute Frage und das beschäftigt viele Leute. Mich privat beschäftigt es tatsächlich auch. Die schlechte Nachricht an der Geschichte ist eigentlich, okay, ich habe die Gewinne ja erwirtschaftet. Ich habe jedes Mal einen steuerpflichtigen Vorgang und wenn ich jetzt da immer Gewinne gemacht habe, dann schulde ich in diesem Zeitpunkt die Steuer und die muss ich dann bezahlen. dass ich nicht auf das Konto zugreifen kann, mit dem ich diese Gewinne erwirtschaftet habe. Das interessiert das Finanzamt erstmal nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich habe hier gestohlene oder verlorene Coins, aber in den meisten Fällen sind auch gestohlene und verlorene Coins, diese Verluste kann man meistens nicht seinen Gewinnen entgegenrechnen. Das heißt, es ist im Grunde doppelt scheiße. Ich habe da das Zeug verloren und habe den Wert schon nicht und muss wahrscheinlich auch da noch die Gewinne, die ich erwirtschaftet habe, halt nachversteuern. Auch noch. Vielleicht auch, wenn ein Großteil meines Vermögens auf FTX war, das eigentlich auch dafür gedacht war, um die Steuern zu bezahlen damit. Einen guten Freund von mir ist das auch passiert. Der hat im Grunde zwar Glück gehabt und einen Großteil seiner Coins vorher schon rübergezogen gehabt, aber hatte darauf halt noch seine USDC, USDT, mit denen er halt dann die Steuer bezahlen wollte und die sind dann auch weg. Zwar nicht so beschissen wie viele andere Leute in der FTX-Pleite, aber auch beschissen. Deshalb, da würde ich definitiv sagen, man sollte sich da einen Steuerberater hinzuziehen, der einen dann halt auch vertreten kann, der dann auch mit dem Finanzamt in Kontakt steht und halt kommuniziert und für einen einsteht und sagt, hier, okay, das sind keine theoretischen Verluste, das Geld ist weg. Und das ist wirklich, ja, zwar scheiße, aber also grundsätzlich mal sind diese Verluste weg und ich kann sie nicht nicht geltend machen und gleichzeitig habe ich aber die Gewinne, die ich realisiert habe und die ich zu versteuern habe. Ja, ist halt problematisch, es kommt halt keiner mehr ran. Ob ich jetzt, ich kann, ich weiß auch nicht, man sollte es auf jeden Fall, glaube ich, auch nicht verheimlichen. Das ist halt wiederum das andere, weil eventuell, irgendwann geht es wieder und dann hast du das Finanzamt an der Backe, eventuell ist vielleicht das auch nicht das Wünschenswerte. Also da vielleicht echt nochmal Rücksprache einfach halten, weil es sind viele da draußen betroffen, aber ihr habt es gehört, grundsätzlich muss es versteuert werden, die Gewinne und die Verluste könnten theoretisch ja eigentlich auch gegengerechnet werden, aber ihr habt halt kein, ja, ihr habt halt nichts mehr, sage ich mal jetzt zur Hand, deswegen lieber mal ein bisschen Rücksprache nochmal halten. Wir haben es übrigens intern auf die Frage dann auch nochmal ein bisschen besprochen, was kann man mit FTX machen, um an die Daten ranzukommen? Es gibt einen CSV-Export, der anscheinend noch funktioniert, das heißt, dort könnte man sich die Daten ziehen. API funktioniert nichts mehr bei FTX, das vielleicht als Hinweis. und was auch funktionieren kann, falls man die Daten noch hat, man geht über E-Mail, man hat ja gerade bei den Future Trades und so weiter und wenn man gehebelt unterwegs war, jedes Mal eine E-Mail bekommen, das heißt, man könnte bei sich im E-Mail-Postfach schauen, ob die E-Mails noch da sind oder im Trash-Ordner oder was weiß ich wo und sich versuchen quasi die Trades durch die E-Mails nachzukonstruieren. Es war alles sehr umständlich, aber in dieser Situation klammert man sich ja an alles, was man hat. Das heißt, vielleicht mal einen Papierkorb durchstöbern, ob man da noch irgendwelche Transaktionen findet. Und vielleicht auch als kleiner Tipp von meiner Seite, macht vielleicht einfach jeden Monat, holt euch diese CSV-Datei einfach mal zur Sicherheit zukünftig, dann fehlt euch vielleicht dann irgendwann nur noch ein Monat, sollte mal in irgendeine Börse mal wieder hops gehen, aber holt euch einfach dieses Ding jeden Monat. Das kostet nicht viel Zeit, das geht ja innerhalb von Minuten, ein Klick und dann hat man diese CSV-Datei oder Sonstiges. Und fertig, dann habt ihr das und dann müsst ihr euch darum, sag ich mal, zukünftig, zumindest jetzt nicht über einen Jahreszeitraum oder länger sogar, darüber Gedanken machen. Vielleicht kleiner Tipp von mir, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, wahrscheinlich auch, oder? Ja, Datensichern ist immer gut und ich meine, so eine Datei braucht ja auch jetzt nicht wirklich viel Speicherplatz. Nee, überhaupt nicht. Also, kleiner Tipp von uns, macht es einfach. Gut, dann auch ein wichtiger Punkt, weil das vor allem bei mir auf dem Kanal jetzt immer mehr wird, Pre-Sales. Also das heißt, vorher, bevor das Listing überhaupt ist, in Projekte einsteigen. Wie verhält sich das? Habe ich da die Haltefrist, wo ich dann auch gekauft habe, erst ab Börsenlistung, weil ich da erst wirklich den endgültigen Preis habe? Und vielleicht jetzt schon mal ein bisschen vorgegriffen, diese Locked- und Vesting-Phase, also wo halt in dem Moment noch kein Coin zur Verfügung steht, erst später, zählt es dann mit zur Haltefrist? Mhm. Also vielleicht fangen wir mal an, eben bei diesen Pre-Sales, ICOs und so weiter. Im Grunde kann man das, wenn man es vereinfacht ausdrückt, auf zwei Arten von Transaktionen aufteilen. Entweder ich habe halt einen Trade, einen Kauf, wenn ich irgendwelche Coins reingebe, dann tausche ich die gegen einen anderen Token, den ich dann kriege. Also dementsprechend habe ich da meine Anschaffungskosten, selbst wenn der Token, den ich bekomme, noch nicht wirklich eine Marktbewertung hat. Aber ich habe beispielsweise Ethereum reingegeben, dann habe ich da definitiv eine Marktbewertung. Also das sind dann meine Anschaffungskosten. Und da natürlich auch ganz normal der Token, ich habe eine Haltefrist von einem Jahr und wenn ich den verkaufe, dann muss ich diese Anschaffungskosten halt gegenrechnen. Die andere Variante ist, die ja auch sehr beliebt ist im Kryptobereich. Ich habe halt eine Art Airdrop. Ich bekomme was, ohne dass ich dafür was bezahlt habe. Und beim Airdrop gibt es in Deutschland eine Unterscheidung, ob das steuerpflichtig ist oder nicht. Wenn ich da eine Gegenleistung bringe, eine umfangreiche, dann habe ich ja was dafür getan und dann ist dieser Airdrop steuerpflichtig. Wenn ich lediglich das Ding bekommen habe, ohne dass ich was dafür machen musste, dann ist es steuerfrei. Was ist jetzt so eine Gegenleistung? Das ist auch im Einzelfall abhängig, aber grundsätzlich mal, wenn ich einfach nur mein Wallet mit der Plattform verknüpfe, dann ist das definitiv noch keine Gegenleistung. Wenn ich jetzt aber losgehe und hier irgendwas auf Twitter poste und nochmal in irgendwelche Discord-Channels reingehe und dann nochmal in eine Telegram-Gruppe reingehe und da nochmal irgendwas like, reposte und was weiß ich, wenn man sich die Arbeit machen will, dann hat man schon eine Art Gegenleistung erbracht und dann ist es schon steuerpflichtig. Dann muss ich im Grunde die Tokens mit irgendeinem Wert versehen, wenn es was ist, das schon auf dem Markt gehandelt wird, dann eben mit dem Marktwert. Ansonsten ist da natürlich auch der Fall, wenn es halt ein Token ist, der halt da im Grunde das Projekt kommt raus und man weiß sowieso, man hat es einfach nur gemacht, damit man dabei ist, so wie bei den meisten Airdrops, dann kann man schon auch dann drüber diskutieren, ob man es einfach mit Null bewertet. Dann die Frage mit dieser Haltefrist, wenn ich es gelockt habe. Das ist jetzt schon eher eine knifflige Frage, aber grundsätzlich mal würde ich daran gehen, an dem Zeitpunkt, wo der Anspruch entstanden ist, also eher so quasi, wenn ich alles schon erbracht habe und jetzt nur noch das gelockt ist und ich warte. Auf der anderen Seite kann man natürlich oder könnte jetzt auch jemand hingehen und sagen, okay, dann wo halt der Zuflusszeitpunkt ist und das ist dann eigentlich eher dann, wenn die Haltefrist vorbei ist. Auf der anderen Seite muss man dann auch unterscheiden, sind die dann gelockt auf der Plattform und ich bekomme es dann erst ins Wallet oder bekomme ich es schon aufs Wallet und kann es dann halt, weil es gelockt ist, nicht weiter transferieren. Also das müsste man auch im Einzelfall prüfen. Ich persönlich würde es wahrscheinlich immer davon abhängig machen, wann es in meinem Wallet ist, wann es halt angezeigt wird in meinem Wallet. Ja, und dort startet dann auch die Haltefrist. Ja, würde ich jetzt auch so sagen, weil man es halt sieht, man sieht, okay, man hat es, dann kann man es auch besser, sag ich mal, nachvollziehen, als wenn es dann erst nach ein paar Monaten kommt und plötzlich ist es da. Also das heißt, ich kaufe jetzt 1000 Coins, wie weiß, die sind gelockt und dann kriege ich es dann nach 12 Monaten, da sind sie erst ersichtlich, da würde ich dann als Finanzamt persönlich jetzt auch sagen, hey, du hast die erst da bekommen oder man kann es halt irgendwie beweisen, okay, ich habe sie wirklich an diesem Tag gekauft vielleicht, dass da vielleicht nochmal Möglichkeiten gibt, aber sonst bin ich absolut bei dir, dass ich, sobald man die sieht, wäre jetzt meine persönliche Meinung, dass es dann auf jeden Fall mit reinfließt. Ja, also dort haben wir ja dann auch auf der Chain eine Transaktion. Genau, ja. Also ein Adresswechsel von dem Coin und da kann man auf jeden Fall schon mal anknüpfen, also da hat man am wenigsten Diskussionsbedarf, glaube ich auch. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu einer, ich sage jetzt mal, Trading-Frage. Es gibt ja auf manchen Börsen kann man auch verschiedene Pairs, sage ich mal, traden. Nicht nur USDT, sondern auch zum Beispiel Bitcoin zu Ethereum. Gibt ja auch Chartkurse und sonstiges dazu. Bleibt dann die Haltefrist gleich oder, sage ich mal, verlängert die sich dann? Ich meine, ich trade jetzt mit einem BTC gegenüber Ethereum, der vermehrt sich. Du verstehst meine Frage, oder? Also du weißt meinen Ansatz. Ja, 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 ja. Verfällt dann... Also ich habe ja dann das... Ja, okay. Sorry, verfällt dann die Haltefrist oder, sage ich mal, behält er den, weil ich im Endeffekt ja mit dem Coin nur meinen Coin, sage ich mal, noch mehr vermehre im Gegensatz zu einem anderen Trading-Pair. Ich behalte ja BTC, nur der würde sich ja vermehren oder, sage ich mal, verringern. Hat das Auswirkungen auf die Haltefrist? Das vermute ich jetzt mal ist so die Hauptfrage gewesen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Bei USDC und USDT hätte ich das halt direkt irgendwie als Finanzprodukt gewertet und dann wären es halt Kapitaleinkünfte gewesen, sodass es eigentlich keine Spekulationsfrist hatte. Ich würde es da eigentlich ähnlich sehen, dass ich halt hier einfach ja, auch eine Art Finanzprodukt halt habe und das dann einfach anders behandelt wird. Da habe ich ja auch einen Startwert und einen Endwert und ich habe eben die Kursschwankung zwischendrin und ich habe einen Gewinn und ob der jetzt in US-Dollar angegeben wird oder ob der in BTC angegeben wird und dann in US-Dollar umgerechnet wird, macht eigentlich keinen Unterschied. Deshalb hätte ich es eher in diese Ecke gesteckt zu den Kapitaleinkünften. Ohne Haltefrist, Haltedauer, was weiß ich. Außer natürlich die ursprünglichen Coins, die ich ja hatte so. Genau. Aber das ist eine sehr interessante Frage, die würde ich auf unser nächstes Telefonat vertagen. Perfekt. Da könnte ich ja euch dann in der Gruppe oder sonst irgendwo, kann ich euch dann nochmal im Nachgang auf jeden Fall Bescheid geben, wenn ich da mehr genauere Infos habe, auf jeden Fall. Ja, ist nicht easy, sage ich mal. Es gibt halt manche Börsen, wo das halt auch angeboten wird. Deswegen finde ich die Frage auch echt wichtig. Aber wie gesagt, vertagt mal einfach, gebe ich dann weiter, sobald ihr oder du mir dann auf jeden Fall die Antwort bereitstellt. Gut, dann kommen wir jetzt schon fast zum Ende. Lohnt es sich, als Privatperson vielleicht eine GmbH zu gründen und darüber, sage ich mal, zu traden oder zu investieren oder so? Macht es gravierende Auswirkungen oder doch lieber einfach sagen, hey, GmbH, du musst sowieso 25k erstmal reinstecken, lohnt sich jetzt nicht unbedingt? Das kommt auch wieder immer drauf an. Also erstmal hat es eine gravierende Auswirkung, weil ich eben, ich habe den Aufwand, ich muss erstmal die 25k hinterlegen und das ist auch, das muss auf einem Bankkonto fließen. Das bedeutet, das bringt nichts, wenn ich da jetzt einfach im Moment oder wenn es ein bisschen höher geht, ein BTC hinterlege und dann sage, ja, hier, ich habe den BTC und los geht's, sondern das muss halt Cash sein, mehr oder weniger. Und ich habe dann Handelsregisteranmeldungen, ich muss einen Gesellschaftsvertrag aufsetzen. Ich habe auch einen Haufen Kosten, die ich damit habe und tatsächlich bringt es mir eigentlich nichts, weil ich verliere die Haltefrist. Ich verliere die Haltefrist, dass ich nach einem Jahr steuerfrei bin. Und das ist auch, gerade wenn es um große Summen geht, ist das ja auch wichtig. Ansonsten, okay, rutsche ich halt steuerlich, könnte man dann irgendwie über Körperschaftssteuer und so weiter grundsätzlich mal in irgendwie eine 30, um die 30 Prozent Steuerlast durchschnittlich reinrutschen. Was dann wiederum für Leute sinnvoll ist, die halt mit ihrem persönlichen Einkommenssteuersatz drüber sind und die halt keinen Bock haben, irgendwie mit einer Jahreshaltefrist sich rumzuschlagen, sondern halt dann sagen, okay, ich habe sowieso das Geld, weil ich eben und ich habe eine hohe Besteuerung, ich bin irgendwie bei 40 Prozent und habe das Geld, dann könnte sich eventuell eine GmbH lohnen. GmbH sind auch ein bisschen günstig, wenn man irgendwie mal was vererben will, ganz langfristig gedacht. Gibt es auch Konstrukte, wo eine Übergabe dann zu einer Steuerersparnis führen kann, aber wenn ich jetzt einfach mal von einer ganz normalen Person rede, die einfach nur gut im Trading ist, gute Entscheidungen trifft, dann ist die günstigste Variante zu sagen, selbst wenn ich einen hohen Steuersatz habe, ich plane mein Trading, ich kaufe Spot, wenn ich weiß, es ist ein Investment, das definitiv länger als ein Jahr ist und ich trade halt einfach Futures, wenn ich kurzfristigere Trends wahrnehmen will, weil dann habe ich einfach meinen 25 Prozent Kapitalertrag, Steuersatz und fertig. Also das ist eigentlich die Variante, die am wenigsten Aufwand macht, die eigentlich genau das abbildet, was irgendwie auch ein Trader so haben will und braucht, und wo die Steuerlast auch relativ gering ist. Okay, cool, danke für die Antwort. Dann kommen wir jetzt eigentlich schon zur letzten Frage, ist eher so eine persönliche Frage beziehungsweise auch ein paar von der Community haben sie gestellt, wann kommt Bing X auf Cointracking? Gibt es da schon jetzt irgendwie Zahlen, Daten, Fakten, wann man mit einem Datum rechnen kann, weil das ist echt mit die häufigste Frage, die jetzt die letzten Monate einfach immer wieder gestellt wird bei mir. Da kann ich dir überhaupt nichts dazu sagen, ich kann aber dir versprechen, dass ich die Frage an die entsprechende Stelle weitergebe. Von mir aus können wir das auch dann twittern, wenn wir irgendwie einen Zeitraum wissen. Perfekt. Ja, das war klar, aber wie gesagt, Leute, auch da draußen, ihr habt das ganze Jahr über, also zumindest jetzt mal für die Steuererklärung dann 23, habt ihr das ganze Jahr dann Zeit und ihr habt dann auch noch Zeit im Laufe des Jahres die Krypto-Steuern dann zu machen auf jeden Fall. Cool, dann ist doch ein bisschen länger geworden, knapp eine Stunde jetzt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat oder ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, dann schreibt sie unten gerne schon mal in die Kommentare rein. Wie gesagt, mit meinem Link kriegt ihr nochmal 10% Rabatt bei Cointracking. Es gibt sowieso schon ein Video, wo ich die ganze Plattform vorstelle. Und ja, wenn euch das gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen. Ich bedanke mich für deine Zeit, Moritz. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es war ausführlich genug. Und die letzten Worte gehen an den Gast, würde ich sagen. Ja, Manu, danke dir. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass wir über Krypto und Steuern labern konnten. Mache ich immer gern. Allgemein über Krypto zu labern, ist immer schön. Und ja, falls ihr Hilfe beim Tracking braucht, checkt Cointracking.info aus. Sehr gute Plattform, wird immer umfangreicher. Wir haben viele Börsen, viele Wallets, die wir schon unterstützen, Blockchain-Importe, CSV-Importe, API-Importe. Und wenn das alles nicht reicht, dann könnt ihr sogar manuell alles eintragen. Also, wir haben einiges da. Und ansonsten, ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als danke Manu und schönen Abend dir noch. Dir auch und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ciao, ciao. Und wie immer von meiner Seite. Ja, mach's gut. Ciao. Stay Crypto. Ciao, ciao.